Als ich klein war, ist mein Vater einmal auf einen Berg gestiegen. Er hat mich gefragt, ob er mir etwas bringen sollte. Ich sagte, nur ein Stück Wolken, Papa. Er guckte mich an, schüttelt den Kopf, ganz traurig und lächelt ein bisschen. Kann ich in diesem Augenblick Taxi fahren? Aber andere sind mir egal. Du bist mir richtig. Du, nur du. Es tut mir leid. Ich will alles nicht. Es war keine Abpflicht. Was war denn dann? Ja, ein Fehler vielleicht. Ich wum. Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, ich bin der Giacomo, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Köln, ich lebe auch in Köln, seit 10 Jahren, bin Italiener, mein Schauspielstudium ist zu Ende und in der ganzen Zeit habe ich so viel gelernt und was ich gerne spielen würde, Psychiopat oder Mörder oder wie man das so sagt, das Arsch oder jemanden, der einfach mit sich ganz viel machen lässt, also der einfach sozusagen das Opfer. Ja, ich bin vielseitig, ich bin offen, ich habe Spaß daran an der Sache, das ist das Wichtigste im Schauspielbereich. Ja, ich hoffe, es wird mir ein Video euch gefallen und ja, vielleicht bis bald. Tschüss!